So, für die Wangen konstruieren wir uns erstmal Hilfslinien und zwar schräge Hilfslinien. Das heißt, du nimmst diesen Winkelmesser hier und jetzt werden wir mal entlang der Stufen eine Hilfslinie ziehen. Das heißt, wir gehen hier auf diesen Eckpunkt. Der Winkelmesser muss, also in meinem Fall muss er rot sein. Ich hoffe, du hast dein Modell genauso stehen wie ich. Es soll natürlich hier an die Stirnseite der Stufe dran gezeichnet werden. Also auf diesen Punkt gehen, sich eine Referenzlinie irgendwo hinklicken im Horizontalen und dann können wir unsere Linie aufziehen und du gehst hier an diesen Endpunkt, weil jetzt geht diese Hilfslinie durch jeden Endpunkt der Stufen. Die sitzen ja alle übereinander und das Gleiche machen wir noch vorne mit dem Endpunkt in Treppenstufen. Also man sieht, hier heißt es nicht auf einmal Corner auf Treppenstufen, sondern es ist auf Deutsch. Keine Ahnung wieso. Ich ziehe mir jetzt hier eine Referenzlinie und wieder als nächsten Punkt definiere ich, du sollst auch hier durchgehen, liebe Linie. Und auch da gehen wir wieder durch jeden Eckpunkt der Stufen. Wir verschieben die Hilfslinien und zwar wirklich senkrecht jetzt 50 Millimeter nach unten. Die andere markieren M für verschieben und wir gehen in die Höhe, also blaue Achse auf jeden Fall verwenden. Ich habe jetzt nochmal hier die Pfeiltaste nach oben gedrückt, damit die blaue Achse wirklich eingerastet ist. Ich verschiebe diese Hilfslinie 50 Millimeter nach oben und jetzt können wir eigentlich schon unsere Wangen da mal nachzeichnen. Auf jeden Fall den Umriss der Wangen zeichnen, also Linie mit L und wir gehen ganz rauf, bis wir hier auf dieser Hilfslinie landen. Gehen dann ganz runter bis zum Boden. Da haben wir den Schnittpunkt mit dem Boden, den anderen Schnittpunkt und ein letzter Klick und da haben wir die Umrisse unserer Wange. Gut, als erstes werde ich mal hier oben diesen Zipfel abschneiden. Also ich bin immer noch jetzt bei der Linie und gehe hier einfach mal rüber und schneide da diese Spitze da raus. Das braucht man ja nicht. Und genauso unten so eine Spitze, das ist ja nur eine Stolperfalle, die lässt man normalerweise ja nicht so da stehen. Deswegen gehe ich hier auf diese erste Stufe und setze mir da, könnten wir jetzt auch ein bisschen uns überlegen, wie viel geht das. Ich bleibe bei den 50 Millimetern, gehe 50 Millimeter da rein und nehme die Linie und schneide das jetzt da wirklich einmal raus. So, jetzt haben wir da unsere Wange gebaut, die hat noch keine Stärke. Das heißt, wir markieren dieses ganze Ding mit einem Dreifachklick, nehmen mit P das Push und Pull, Drücken und Ziehen Tool und ziehen das mal hier so raus. Und zwar machen wir das auch mal 40 Millimeter. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, die Stärke. Geben wir da noch einen Zentimeter hinzu, dann sind wir bei 50 Millimetern und haben eine ordentliche Wandstärke. Ja, jetzt sind das ja noch Einzelteile, das werden wir auch wieder zu einer Komponente zusammenfassen. Also dreifach Klick, alles markieren, Komponente erstellen. Ich nenne das Treppenwange. Gut, was wir nicht mehr brauchen, sind die Hilfslinien. Die markiere ich und entferne die. Dann brauchen wir natürlich noch eine zweite Wange. Sonst stürzen uns die Stufen da ja ab. Das heißt, wir versetzen diese erste Wange wieder mit M für Move, mit einem STRG, um die Kopie zu verschieben. Und wie weit müssen wir hier rüber geben? Ich könnte jetzt da einen Punkt suchen, aber ich weiß ja, das Lichtedurchgangsmaß sind 800 Millimeter. Dann muss ich noch die Stärke der Wange hinzurechnen, also 50 Millimeter, das heißt 850 darüber. Und da steht jetzt die Wange. Dann werde ich einfach mal die ganze Treppe markieren, weil die steht noch nicht wirklich am richtigen Ort. Also den richtigen Ort haben wir ja gar nicht definiert, aber die Wange hängt hier in der Luft. Ich schiebe die jetzt mal 250 Millimeter, 300 Millimeter nach innen rein. Okay.